Herzlich willkommen in Monaco. Startziel voll durchbeschleunigen, Kerst komplett einsetzen, schön die Geschwindigkeit mitnehmen. Turn 1 im dritten Gang. Haarscharf in der Leitplanke entlang. Bergauf, Vollgas, auf in den Sechsen wieder. Auf die Schwige links nur vorbereiten. Vierter Gang schön rund mitnehmen. Am Casino ein-runterschalten, auf die Bodenwelle aufpassen. Wieder leicht beschleunigen. Jetzt rein in die langsamen Kurven von Mirabeau. Hier sogar runter in den ersten Gang. Lenkrad voll einschlagen. Jetzt folgen zwei Rechtsknicke und dann der Tunnel. Der Erste haben wir gut erwischt. Zweiten schön haarscharf nehmen. Jawoll. Und wieder voll auf den PIN. Kehrs einsetzen. Der Rechtsknick im Tunnel geht voll. Bei 150 voll in die Eisen. Runter in den zweiten. Wieder voll durchbeschleunigen. Auf die Tabakkurve vorbereiten. Einmal runterschalten. Wieder voll drauf. Jetzt die schnellen Assises. Hier aufpassen auf den Körb. Nicht so hart mitnehmen. Sonst landen wir die Leitplanke. Sehr gut erwischt. Rein in Rascas. Runter wieder in den zweiten. Jetzt nochmal der letzte Rechtsknick. Und wieder rauf auf Start und Ziel. Das war eine Runde in Monaco. Die zweite ist komplett ohne Kommentar. Viel Spaß. Wir sind ein Lied кр Chris. Ausatmen. 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 Horatmen. Ausatmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020